und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren folge trainfever das müsste folge 19 sein wenn ich mich nicht berechnet habe und ich sehe hier da baut jemand ein schickes häuschen neben unserer schiene ich hoffe es wird ihm nicht zu laut warten wir mal ganz kurz bis er fertig gebaut hat es ist eine industrie ok mal gucken wann ist er fertig autosave wir haben eine neue 110er freigeschall springen wir mal ein bisschen vor jetzt hat die man sich eine schöne industrie am hügel gebaut auch nicht schlecht sieht ein bisschen komisch aus aber gut wer es mag ja ich sehe auch schon da oben wird auch gebaut wunderbar und ja wir sind hier wieder in wirklich und ich möchte ganz gerne erstmal hier noch ausbauen und dann zweitens die strecke hier nach banfried anfangen jetzt ist die frage wie wir da am besten verfahren sollen eben einfach mal sagen wir fahren mit 120 hier raus so kommt dann hier in einen hübschen tunnel rein davon möchte ich aber gern den hügel noch ein bisschen bearbeiten weil er sieht man wieder so furchtbar aus ist alles noch von der straße die da mal war hier genauso die bäume können wir nachher alle wieder pflanzen möchte ich gern hier noch ein bisschen weiter runter sieht schon besser aus also nochmal ich glaube wir gehen erst mal ein bisschen geradeaus so und dann machen wir hier auch noch dann machen wir hier die 120er was straßenfahrzeug 30 jahre her machen wir hier unsere 120er da geht es dann weiter so es ist die frage wo bauen wir hier unseren bahnhof hin ich würde sehr bevorzugen am wasser so da würde uns im grunde würden uns hier ein dreigleisiger bahnhof reichen auch volle länge mal gucken was haben wir alles ihr könnt ihr auch den hier nehmen auf vier weil da ist ja das eine gleis sieht es wie ist das ob ihr das nicht gefahren könnte Ich bin bloß am überlegen, der kommt da rein. Das wäre nicht so gut. Und die zwei kommen dann da rein. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wenn wir den Bahnhof bloß noch gedreht bekommen. So in etwa. Dann müssen wir einiges abreißen. Einiges fiel sogar. Oh, das ist alles weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Was? Nein, nicht wieder hinbauen. Hallo? Ah man, ganz vergessen auf Pause zu stellen. Ah, das sind natürlich zusätzliche Kosten jetzt. So, schauen wir mal, ob er reinpasst. Ja. Ne, das muss noch weg, alles klar. So, einmal drehen noch. Zweimal drehen vielleicht. Ja, einmal. Aha. So. Würde ich ihn lassen. Müssen wir ja wieder noch ein bisschen angleichen. Ja, komm, ein bisschen schneller. Und auf der Seite auch noch ein bisschen. Ja. Ja. Wunderbar. So, jetzt der Plan. Hier kommt die Schnellzugstrecke von hier. Und sozusagen hier kommt das Gleis. So, was schlägt es uns vor? Wo möchtest du denn eine Brücke machen? Hier. Okay, der macht hier eine 291er Kurve. Ja. 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 Das war ja dann irgendwo hier. Hm. Und wenn wir da rausgehen. Müssen wir irgendwie rüberkommen. Ja. Das würde aber gar nicht mal so schlecht aussehen. Ne. Eins tiefer geht nicht. Da würden wir ja hier irgendwo rauskommen. Das ist zu flach. Aber wir könnten hier den Bahnübergang mitnehmen. Hm. Das ist die Frage. Vor dem... Vor der Straße schon in die Brücke rein? Oder danach? Das ist die Frage. Also hier würden wir wieder so ein... Dann bin ich ehrlich gesagt eher für diese Lösung. So. und sage dann sozusagen hier mach eine Brücke. Oh, so hoch will ich die eigentlich gar nicht. Nein, jetzt habe ich hier vergessen das Tunnelportal auszuwählen. Scheiße. Scheiße. Wo war es jetzt hier? So. Jetzt nochmal. mal das hier. Eigentlich könnten wir ja mal das hier nehmen. Und dann will ich hier nach unten. so in etwa. So in etwa. Wie weit müssten wir da dann runter? Wie weit müssten wir da dann runter? Weiß ich nicht. Bis... ...hier hinten. Oh. Oh. Tue aber spät runter. Oh. Das wäre alles noch Brücke. Oh. 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 noch mal so ein schlenker hier sagt hier noch mal brücke jetzt habe ich ja sie sind schnelle gleise genommen und sagt dann mal noch mal reingehen das müsste doch eigentlich das gleich sein oder ja ja genau dann macht es hier nämlich so ein zwischenteil genau das wollte ich und hier noch mal eine brücke hier machen wir mal die oder die ne die passt hier nicht rein mach mal die dann hier der bahnübergang wunderbar ich müsste jetzt eigentlich bis hier ja dann machen wir einfach mal bis hier das ist jetzt brückenpfeiler kollision hier oben an der großen wo geht denn das hin na gut hier brauchen wir eigentlich nicht unbedingt eine große da könnte man eigentlich auch eine kleine straße machen und dann würde es eigentlich gehen müsste das kann ja nicht sein ja also so und ab da machen wir dann schnelles gleis bis hier runter ja dann gib dir da halt mal ein bisschen gas kann ich auch nichts machen was doch immer der baum jetzt hier macht so dann kommt hier eine kreuzung besser gesagt so eine x weiche die ausfahrt ist mir nicht wichtig die einfahrt ist mir wichtig jetzt beginnt die ungeeignete stelle schon wieder jetzt nochmal wenn nicht machen wir halt 60. wenn es das spiel nicht anders will, machen wir halt 60. so, dann gehen wir da rüber. geben wir ja auch mal eine 60er x weiche, wunderbar, nochmal speichern. von hier werden wir dann von da kommen. was schlägt uns da das spiel vor, wenn ich jetzt z.B. sage hier rein. ok. wieder einen riesen langen tunnel. das hier wird gehen, das hier nicht. ähm, müssen wir mal kurz einen neuen machen. Propeller. so, jetzt nochmal. da rein. wo geht's denn nicht? hä? bin ich zu... bin ich zu steil oder wie? so, nochmal. das wird der versuch. gehen wir da auch mal erst ein bisschen geradeaus. so. so. jetzt. so wird's gehen. mal gucken, wie weit wir zurück können. oh man. so. so. würde gehen. dann alles mal auswählen. hier. hier das. und hier auch. das. dann brauchen wir hier auch eine hochgeschwindigkeitskurve. ah shit. das geht nicht. so. 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 jetzt einmal dahin. gut. dann dahin. gut. so. dann noch mal probieren. okay. was ist das schnellste? 148. das ist echt gar nix. das ist eigentlich nicht. gar nix. hm. oh. wir müssen die straßen nur nice setzen nachher. na. was können wir hier? weichenbau fehlgeschlagen. ah. komm. so. hier gehen. ein bisschen mehr. brauchen wir noch schnell die straße hin. wunderbar. so. dann werden wir hier nächstes mal weitermachen. ich bedanke mich echt herzlich fürs zuschauen. unser. ich sage tschüss bis zum nächsten mal.